Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Jetzt gehen wir hier dieses leuchtende Spinnennetz runter. Eigentlich hasse ich die Spinne total, aber das ist trotzdem so cool gemacht, Mann. Ah, herrlich. Mithrilstab erhalten. Terra ist und bleibt einfach für mich einer von der absoluten Augen- und Ohreschmause des Spiels. Okay, da können wir nichts Besonderes davon lernen, das ist nichts Tolles. Ja, also Terra ist schon meiner Meinung nach eine ziemliche Wohltat für Aare und für Ohre. Was wiederum jetzt nicht so Wohltat für Aare und Ohre ist, ist, ich hoffe er kommt nicht. Ja, doch genau der. Der ist nämlich keine Wohltat für Aare und Ohre. Mit seinem Blblblblblbl. Das so hässliches Viehzeug auf so einem schönen Planet hier leben kann. Auf mir Todesrullett, du ekliges Ding. Irgendjender wird's treffer. Oh, es hat ihn getroffen Das finde ich fair Der versucht uns hierhin Hältig anzugreifen Kriegt selber in die Abgeraden Von seinem eigenen Zauber So kann das Ding auch mal schief gehen Schöne Lektion in sowas Okay, was haben wir dann hier noch drin Allheilmittel Ja, dafür bin ich jetzt extra das Leuchtende Spinnennetz Runa geklettert Trotzdem sehr cool gemacht So, hier will ich Runa klettern Ups, ich will da nicht springen Die guckt ständig noch ohne, du, das Mädel hier Mit dem Affenschwanz Man sieht nie ihr Gesicht richtig Derzeit Dämonenpanzer haben wir auch schon Na du Runa Guckerin Wer wichst denn du? Rätselhaftes Mädchen Du wichst gar nichts, oder? Hä? Komm mit Da wirst du schon verstehe Ach, wer du in Wohret bist Oh Hey, warte mal Das klingt aber nicht so gut Wer in Wohret bist und so Und der kryptische Greis Hat ja auch schon so Artdeutungen gemacht Und was ist denn hier los? Geh nur zu Geh nur zu Dann wird ja alles klar Aber wie geil sind diese Leuchtpilze hier gemacht Alter Alter Jetzt wird die Musik hier allmählich schwächer Und man hört nur die Fußstapfe Mensch Wie komme ich dann doch runter an diese Truhe Hier? Ja, hier komme ich runter Okay Ja, manchmal muss ich doch Gucker Ich habe wie gesagt Mimi alles auf dem Schirm Alter Jetzt erfolgen sie mich aber Diese eglige Glibberdinger, oder? Jetzt machen sie das doch einfach nur Um mich zu ärgern Komm schon Glibber for the win Ne, los mal Dieses absorbieren will ich bestimmt nicht, aber Ey Na, noch so viel Mist viel Falls er das überlebt Ich denke, es wäre Zeit für runde Heilung Na, er hat es tatsächlich überlebt Egliger Glibberblock Und Glibberblock wahrscheinlich auch noch besser Ja Passender Die Bezeichnung Gut, Steiner Machen fertig Ah, na Wenn man glaubt, die Viecher könnten nicht hassenswerter sein Dann machen sie so eher Todesgeräusche Und das ist noch wesentlich hassenswerter Bleh So Okay, paar Levels in Anomo Die geben anscheinend immer Kart, wenn sie verrecken Und hier kommen Anomo an was dran Hexenrobe erhalten Das geht doch gar nicht mehr so schlecht Wir hätten nur Elfrator Das heißt Wäre was für dich Aber MP plus 50 ist schon nicht schlecht Hexenrobe Ja, Penicillin und Vollmond Ja, großes Kino Das ist eher nix Dafür habe ich jetzt nochmal mal Aare beleidigen müssen Mit so einem ekligen Hektokulus Bleh Okay, ansonsten gibt es hier nix mehr Und dort geht es dann hoch Wo kommen wir dann hier an? Was ist denn das hier für ein komischer Ort? Im Gegensatz zu bisher sieht hier alles irgendwie künstlicher Schaffer aus Aber die Abwesenheit von Menschen spüre ich trotzdem nicht Willkommen zurück Hä? Das ist der Ort, an dem du sei sollst Der Ort, an dem er auf den Zeitpunkt seine willelose Higa bewahrt Dein Ort Das klingt ja aber nicht gerade so toll Bran Barlu Alles klar Hey, warte mal, was soll denn das jetzt hese? Äh, w-was? Die können mal Jetzt sehen wir, was endlich mal in voller Pracht Die Invincible Und die wird man wieder ohnmächtig Verlauter gut Und dann wurde eher verlauter schlecht Lilly, was hast du denn? Lilly? So ein Dreck, was in aller Welt? Das läuft nie eigentlich für ein Film Ziemlich abgefahren, hatte ich die Sache Äh, du wäschst wirklich nix So wie ein eingeborenes Kind Weshalb du dein Leben haltest Weshalb du überhaupt existierst Der Urwesenheit schreicht auf Versuchst deinem Leben, deiner Existenz und Bedeutung zuzumessen Du wäschst wirklich nix, John Schnee Entschuldigung, das hat jetzt zwei gemisst Wir müssen für Lilly einen Platz zum Ausruhe finden Sieh an, ich bleib bei der Prinzessin Find du einen Ort, wo sie sich ausruhen kann Aber ob Hier wird sie wohl irgendwo sowas wie ihr Bett geben Also ich bin gleich wieder da Pass so lange auf Lilly auf Oh, okay Na in dem Fall Nehmen wir doch mal Freya mit Und ja, es tut mal leid Aber wir brauchen eine Weißmagierin Es tut mal schrecklich leid Aber wir brauchen eine Weißmagierin So, was gibt's dann Besseres noch für die? Ja, da geht's um den Weißenstab Äh Äh Ne Dann hier noch irgendwas Egoistenreif Ja, das passt zu ihr Magierkutter Heiligenrober Tja, du kannst jetzt Sanctus lernen Es ist halt für sie gedacht Dummerweise Das ist bitter Das ist echt bitter So Hab jetzt aber Ach, um ehrlich zu sein Nicht mehr auf dem Schirm gehabt Dass, äh Dass Lilly hier nochmal K.O. geht So, für Freya Haben wir dort noch was Irgendwas für sie parat Drachentöter Plasma-Drache Kann sie hier lernen Geht sie das Ding noch Du kannst ja auch was Besseres Immer Levitas und Konter Ist gut Goldrüstung Latex-Toker Kann sie auch lernen Und die Hexenrober Okay Dämonenharnisch Irgendwas Tolles noch Äh Edelrüstung Kriegt sie halt Dämonenharnisch Fertig Und Kapiusha Hat sie nach wie vor drin Äh Fußkette Schwarzgurt Oder Immer Regener Stärkebonus Konter Für die Kraftgürtel Himmelsohrring Uriel Okay Dann kriegen Dann geben wir ihr doch mal Die Sprengerstiefel Ich glaube das ist relativ praktisch Und dann gucken wir nochmal Wege der Abilities Dass die auch was Gescheites So kriegt Angriffsvorteil Fördert Angriffsvorteil Konter Finde ich eigentlich ganz gut Und Ja Stärkebonus Kriegt sie auch noch Wie Wie haben wir ja schon So weit Ah ja genau Sorry Das habe ich jetzt Gerade falsch Sehr Okay Urschrei Sollte sie eigentlich noch drin behalten Immer Regener Ist in Ordnung Okay Kriegen wir so weit Gebacken Hä Wer Sind die dann Alle hin wie ich Einen Schwanz Und alle Die gleich hohe Farb Tja du guckst blöd Scheint mal sowas wie Dorf zu sein Ja Sag mal Was macht denn ihr Ja eigentlich Der Größen Aber die Sache Üblich noch ein Kind Wir besitzen Ke Alter So wurden wir Nicht konstruiert Okay Hey Was macht denn ihr Ja eigentlich Wir entwickeln Uns zu Quäse Für die Seele Was für ein Ding Naja Egal Aber so wie ich das sehe Gibt es ohne euch Ach sowas wie Männlein und Weiblein Oder Für die Abpassung An die Nei Welt Ist die Existenz Zwoag Schlechter Unabdingbar Nur so ist die Weitergab der Komplexe Erbinformationen Garantiert Äh Das heißt Die machen Paarung Nur zu Fortpflanzungszwecken Und nicht Zum Spaß Wie du So Dunkelschweif Gibt es hier auch noch Das blaue Leuchte Gaias Ist für uns Die wir von Terra Erschaffen wurden Eine Art dauernde Schmerz Die Widerstandskraft Gegen der Schmerz Ist ein Teil Unserer Erpassung Oje Das Atmen Der Planeten Alles Erscheint Prägungslos Und doch Ist alles In Bewegung Und umgekehrt Ok Psychotante Was denn Desto Sieht so aus Als gäbe es In Terra Ach Mokris Ist der uns Gefolgt Der Moloch Oh Dank Kupo Ich war Da drin Gefangen Kupo Zum Dank Überlasse ich dir Mein Ware Zum Freundschaftspreis Kupo Hallo Oder ein alter Schampel Hol ich jetzt einfach Nur dazu Dass wir ein bisschen Und na Ein bisschen was Hem So Wir speichern hier Aber auf jeden Fall Kupo So Und jawoll Da will ich drüber Speichern So Kleiner Wicht Das war's Erste Mal Äh Komm schon Hier sind wenigstens Ke Gegnerkämpfer So Oh Was geht denn hier Für ein Film Ach die Scheiße Der Fluss Der Fluss Der Seele Ist ein Zeichen Fürs Lebe Von dem Planete Was in ihm Verborgen ist Versiegt der Fluss Versiegt auch Das Lebe Von dem Planet Die Farbe der Planete Zeigt deren Wahrgestalt Blau Gaia Das Rot Terras Also ich weiß nicht Ob ihr rot Blau Farbe Blind seid Aber dort Draußen ist alles Blau Und nicht rot Was mit dir Unnötiges Besser geht Bei der Beseelung Verlore Aber um Das retardiere Der Intelligenz Zu verhindern Erhalten wir Mindestmaß An Infos Oh Finde ich Schell Kreist auch Seine Seele So wie Die Planeten Kreisen Ach du Scheiße Psychoalarm Mal wieder Das Atmen Der Planete Zeigt sich In ihrem Leuchter Der Kreislauf Der Seele Ist ihr Wille Zu leben Ihr seid schon Ziemlich abfahrende Seelenfreaks Hier oder Bei der Vereinigung Der Seele Gaias Mit der Seele Terras Wie die Gaias Im Krieg Der Sterne Verschlungen wäre Moment Aber das Hände erstmal Die Stormtrooper Zu entscheiden Nicht ihr Mann 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 Hier fährt Anscheinend Ein richtig Übler Film Lauter so Lauter so Seelenlose Freaks Of Valium Hier Die alle Ahnung wie sie Dann aussehen Und bei weitem Nicht so lebendig Sind wie der Lebendig ist Also hier geht Irgendwas Grundlegend schief Die visuell Erhaltende Informationen Zu verarbeiten Ist ebenso Notwendiges Element Erfüllung Unserer Aufgaben Danke dass Mal drüber gesprochen Ah das sieht aus Als könnte man Doppel Hier kann sich Lilly bestimmt Erholen Ich freue mich Nur Was mit Der Typ Hier los Ist Die Geistern Hier rum Wie leblose Gespenster Außerdem Trinkt sich In mir Oberhackliches Gefühl Auf Aber Dafür habe ich Jetzt gezeigt Zuerst muss Lilly Wieder fit Wäre Du Gibt's Ja mit dir Will eh keiner Retter Hier Ich Wo Medizin Hallo Ist doch Ein Geschäft Wo Medizin Kann man Jetzt endlich Einer sau Wo ich Medizin Find Dir bestimmt Nicht Mendo Sitze Auf Eurer Ohren Oder Was Wir sind Sowieso Alle Total Komisch Und Allein Wie Sie Dann Schwanz Wenn Hier Doch Bloß Irgendwo Pimo Pimo Krautwachse Die Ich Kenne Dich Lilly Helfer Aber So Etwas Gibt's Hier Bestimmt Net Es Ist Eine Rivels Du Kuh Hey Hab ich Dich Das Mädel Von Vorhin Weil Du So Komischer Ort Mensch Etwas Dann Das Kann Ich Vergesse Net Bo Aiko Hat Bis Jetzt Schafft Sich Zwischen Zitann Und Lilly Zerstelle Die Zwei Sind Nämlich Ganz Doll Verliebt Etch Och Ist Das Ein Blädes Blädes Kind Also Schmink Dir Das Lieber Ab Ich Frohe Mich Echt Wessen Lieblings Charakter Eigentlich Aiko Ist Rechten Aus Dass Ich Und Im Laboratorium Wart Bitte Sie Hat Hat Jemand Um Gefallen Zu Bitte Und Überhaupt Warum Soll Dich Ich Bin Fertig Die Heute Wohl Der Name Horn Aber Jetzt Muss Ich Schnell Zu Der Aner Ja Du Wärst Mal Lieber Weiter Weg Geblüffel Ich Entschuldigung Ich Wiss Ja Was Mit Mal Los Ist Ich Bin Irgendwie Nervös Und So Urig Bei Dem Blaue Licht Hier Ach Prinzessin Ihr Seid Bitte Zue Ich Komme Was Ist Ein Erfolg Fall Ihr Habt Plötzlich Eier Bewusstsein Verlore Ich Hab Mich Erinnert An Was Dann Mad Ein Sari Wurde Nicht Von Sturm Zerstört Das Luft Schiff Mit einem Große Ach Hat Mal Dein Sari Zerstört Wisst Ihr Noch Als Alexandria Zerstört Wore Es Könnte Man Ach Das Ach Am Himmel Schwebe Seher Ja Es So Tatsächlich So Aussehen Als Hätt Es Ach Den Licht Strahl Stimmt Und Auch Beim Bam Ifas Als Barmuth Außer Kontrolle Gerode Ist Ja Jedes Mal War Das Ach Zu Seher Und Es Ist Mit Sicherheit Das Gleiche Luft Schiff Was Bitte Entschuldigung Wege Rücksichtlose Tonprinzessin Net Tor Schon gut Ich Weiß Es Ja Jetzt Mal Heimates Schloss In dem Ich Aufgewachsen Bin Nochmal Leibliche Mutter Und die Mutter Die Mich Groß Gezogen Hat Alles Hat Man Das Luftschiff Genommen Gulb Lilly Geht Ich Hass Das Mädel Hier Seht Alle Ganz Blass Aus Es Besteh Kein Grundsersorg Es Ist Sicherlich Nur Die Umstellung Aha Sie Dann Berichten Du Hier Ach Ja Du Fällt Mir Ei Das Komische Mädel Was Uns Hierher Gehört Hat Irgendwas Erzählt Dass Sie Nach Laboratorium Auf Dich Wart Sie Hört sich Richtig Irgendwie Richtig Pfui Ah Ja Nur Weil Du Komplizier Wörter Kennst Als Welche Mit Drei Silber Sie Dann Ich Hass Das Kind Das Ist So Richtig Eklige Kröter So Lilly Ruht Sich Noch Aus Hier Holen Wir Uns Das Elixier Steiner Bitte Spar Mal Die Leier Ne Ich Will Mich Nicht Ausruhen Aber Danke Freya Ja Eiko Wird Sich Um Lilly Kümmern Herzlichen Glückwunsch Der Könnte Theoretiker Genauso Gute Kisse Aufs Okay Alles Klar Dann Dele Ich Da Mo Glatz Sache Ihr Liebe Leid Ja Der Seelt Hier Immer Noch Kräftig Rum Ich Wird Mo Glatz Sache Ich Mach An Der Huch Der Kommt Aber Echt Hier Wirklich Gut Rum Diamant Eltern Elixier 2222 Oh Ich Hab Nicht So Viel Gel Okay Ja Stillskin Kommt Anscheinend Echt Hier Rum Weil Der Ist Sogar Auf And Andere Planet Gereist Alla Hop Dann Verkauft Man Ein bisschen Quatsch Wie der Druidenstab Zum Beispiel Rute Körner Verkaufe Hier Die Golem Flöte Fort Mit dem Scheiß Zauber 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 Arm Reif Komm Ne Brauchen Man Nicht Upsala Erstmal Hier Den Krusht Abkafe Vom Stillskin Diamant Eton Elixier Für 2222 Kriegen Wir Jetzt Auch Hier Die Ware Übereignet Welchen Danke Ach Mit dem Geld Kann Ich Wieder Verweil Auf Reise Gehe Geht Es Doch Andere Planete Oder Was Hab Ich Jetzt Schon Wieder Herr Verlarven Ja Das Würde Ich Mich An Deiner Stelle Abfrore Kleiner Mognet Kupo Noch Nie Du Verkürt Kupo Was Ist Kupo Ich Mag Das Mognet Aber Ausprobieren Bitte Übernehme Die Zustellung Kupo Übergebe Den Brief Bitte Am Mockri Zuma Okay Ja Mache Ich Auf Jeden Fall Dank Kupo Er Kennt sich Zwar Nicht Mit Mognet Aus Aber Er Kennt Mockris In Andere Welte Okay Das Näm Ich Mal So Hier Gut Dann Würd Ich Jetzt Aber Ach Sache Ich Mach Jetzt Hier Mein Cut Und Wir Sehen Uns Dann Moje Wieder Zu Let's Play Final Fantasy 9 Uff Pelzig Also Machen Es Gut Und Bis Moje Dann Wieder Wo Wir Uns Wurde In Brambalu Um Gucken Werren Iron Yankee Hier